Hallo Leute! Herzlich Willkommen zurück zu Prey. Hier ist wieder der Held vom Erkta Feld. Domeward Spiral. Spirale abwärts, ne? So ungefähr. Oh, schauen wir mal. Was ich mir heute für ein Senf zusammenduddeln hier. Oh mein Gott, er ist ein Giant. Das ist blöd. Wow. Oh, shit. 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 Dann halt nochmal. Weißt du schön, ne? Mit deinem da. Ne, das ist irgendwie blöd. Oh, shit. In der Hölle. Ja, gut. Hilft dann alles. Nix. Also nochmal. Falls es so schön war. Ja, dann komm. oh mein Gott, er ist ein gigant er ist ein gigant dann halt nochmal weil es so schön war die stellen sowieso wegen der Gülde oder was? komm nicht wieder festhängen hier kommt aber wohl nicht rum 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 das ist ein das ist ein einfach mal fix durchlaufen hier ja eigentlich habe ich ihm ja schon einmal auf den Dutz gegeben da waren wir jetzt wie soll ich das stoppen naja ok ja dann herzlich willkommen zurück zu dem guten alten Prey was ist das für ein Speicherpunkt hier das verstehe ich gerade nicht das habe ich doch hier schon gemacht hmmm irgendwas ist hier schräg aber ja gut, machst du nischt, ne? oh 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 ja ich habe mich voll gut erwischt, wa? was hat ihm da gerade wieder nicht so gefallen im typen den wir hier spielen so ganz und gar nicht dann kommt doch die ganzen sache hier nicht klar kann aber schön ruhig bleiben, der hält vom erbterfeld ist schon da, der regelt schon ja, versuchts so, da geht's nicht weiter da auch nicht das klingt da so aus magnet laufen technisch hier wir sollen sich auch erstmal wieder in die teuerung gewöhnen wer in the hell am i tja, wo zu Hause bin ich? mhm wer weiß das schon so genau das hat sich das aktiviert, okay, und sonst noch hier boah, ich erinnere mich noch an das letzte play von zuvor, was ich jetzt nochmal wiederholen muss jungen 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 das ist echt nördreich war das so ne gute idee ja gut, war jetzt nicht so wild ja Ja, war ja klar, hier kriegst du erst mal wieder die Pots ab. Wo bist du hin? Ah, da oben rechts. Und auch immer die da quatschen. Hier fällt mir gar nicht mehr. Fällt mir ganz und gar nicht. Ach. Hier. Okay. Ja, wo ist er denn von eben hängen her? Bin ich... Moment mal. Ich erkenne da was wieder. Kann ja wohl nochmal zurück, ja. Ha. Boah. Hahaha. Okay, Mann. So, was ist hier? Fire. Kann ich die Muni noch abgreifen hier? Jo. Ist so Hilo. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Gar nicht genau nicht. So. 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 Jetzt krasselt er da. So. 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 Something. So. 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 Ich muss hier mal eine Tür frei machen und muss hier nicht mit denen komplett in den Krieg ziehen, weil das bringt keine Rolle. Oh verdammt, ja genau, da kommt er dann noch, was ich jetzt nicht mehr wusste. Ragdoll ist wirklich cool. Ja, denn, wie sieht es denn aus? Kommt gleich der nächste. Ja, ist das. Ja, das sieht sicher aus. Blau 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 blau! Ähhm, wir müssen da tatsächlich runter oder wie? Hm. Bam, dann hüpfen wir nochmal ein bisschen. Oh 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 no, oh no, oh no. Ah, jetzt lernen wir das mit dem Pfeilschießen darum, um wieder aufzuknaufen, weil man kann ja nicht so richtig sterben hier irgendwie, ne? Ich glaube, das kommt jetzt. Ah, Reise. S frisch. Komm Tommy, geh mit mir! Großvater? Was ist das? Wo bin ich? Talon wird dich steuern. Talon? Das kann nicht sein. Großvater ist eigentlich tot, oder? Das ist ein secret. Ich glaube, das habe ich schon mal geglaubt damals, als ich das schon mal gespielt habe. Silugi! Ich habe dich sterben. Wo bin ich? Das ist das Land von deinem Vater, Tommy. Das Land von den Ancien. Das Land von... All diese Cherokee-Krappe? Es ist ein Bunches superstitioner Bullshit. Ich glaube, das nicht. Deine Vertreter werden bald verändern. Ich glaube, das war hier. Ich glaube, das war hier. Talon hat dich hier gebracht. Talon? Mein Schroeder? Er ist tot, wenn ich ein Mädchen bin? All dein Leben verletzt hast du von deinen Ancestern. Jetzt musst du dein eigenes Geschwister. Wenn du überleben kannst. Ich habe keine Zeit für das. Jen ist in der Probleme. Ich muss sie finden. Du musst die alten Medizin lernen, Tommy. Es ist der einzige Weg. Lass mich euch zeigen. Ich zeige dir. Jo, dann schau mal. Komm mal auf das. Jetzt hier noch. Da habe ich mich bestimmt letztes Mal rumgesehen. In meinem vorigen Let's Play. 100 pro. Ich gehe nach oben. Oh, was ist denn da? Es ist so. Ich gehe nach oben. Ich gehe nach oben. Ich gehe nach oben. Wir gehen nach oben. Ja, mit dem Weg. Du musst in die alten Wäsche glauben, wenn du zu erreichen kannst. Du musst außerhalb von deinem Gebäude, Demas. Lass dein Geist carry dich, wo dein Körper kann nicht passen. Durch den Feuer. Geh'r? Spiritwalk Good! Du kannst jetzt zurück nach deinem Körper Du hast gut gelernt Kein Obstacle kann auf dem Weg in deinem Gehirn Du bist wie ein Chameleon der nicht verletzt Invisible Okay, ich hab' deinen kleinen Test Schreib' mich zurück Erst Du musst die Pfeil Du musst lernen, zu kämpfen Nicht ein Problem Die Armee hat mich gelernt, zu töten Erinnerst du? Du hast in den Weitmanns-Wahren mit den Weitmanns-Wern Jetzt ist es Zeit, zu kämpfen mit deinem eigenen Geh' in die Spiritkave Ah, das Dinga Ich muss das Dinga Diese Böse ist die Waffe der Formen des Gehirn Aber dein Gehirn muss sich verletzt Erweig die Gehirn des Gehirns Die Gehirns-Wern Es gibt noch vieles zu lernen Die Kraft der Schmerzen wird immer stärker Ich habe nicht Zeit für das Jen braucht mich Wie du wünschst Talon wird dich Er wird deine Augen und Hörer Die Kräfte Hebe seine Warnungen gut Ja, feigert sich noch ein bisschen Weck'n Chances Ja, dann würde ich aber sagen Dann machen wir dann auch in der nächsten Folge Dann sage ich mal Bis zum nächsten Mal Wenn sie da heißt Pray